Hallo meine Lieben, heute gibt es dieses Nageldesign für euch. Alles was ihr dazu braucht sind die Farben Lila, dann ein helles Pink und ein dunkles Pink, Weiß, dann einen Striper und einen schmalen Pinsel. Dann kann es auch schon losgehen. Nachdem ich mir alle meine Nägel lila lackiert habe, nehme ich mir den Striper und weiß und ziehe farnartige Muster auf die Nägel. Mit Pink und einem schmalen Pinsel setze ich jetzt Blumenblütenloch in das Bild rein. Dann nehme ich nochmal den Striper und ein kräftigeres Pink und ziehe ein paar Striche in die Mitte der Blüten, um das Ganze noch realistischer aussehen zu lassen. So sieht das fertige Design dann aus. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video doch ein Däumchen nach oben und abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Dann viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal!